Ich hab moment auch, also ich weiß gar nicht, ob man das als Strike bezeichnen soll, oder wie auch immer man das machen möchte. Auf jeden Fall sind hier teilweise Anzeigen gekommen auf die Videos, dass da teilweise Musik von reservierten Rechten für irgendwas ist, unter anderem Nintendo und Geschichten. Ich glaub, Nintendo war bei der Metroid-Stage, da packt man da ein bisschen Spaß. Aber, ich mein, wenn der Terminal einfach besser klingt, das würd's doch mal machen. Da muss ich übrigens schnell durch, weil wenn ich da noch 10 Jahre warte, dann kommt da so ein Ding und dann packt man da nicht mehr durch. Ich weiß ja nicht, ob du das gewusst hast. Ich hab halt nur noch nicht wirklich einen Plan für den zweiten Teil da hinten. Okay, so kann das funktionieren. Ich hab da nicht wirklich einen Plan gehabt, aber funktioniert das funktionieren, hat's trotzdem getan. Ja, das war easy. Ja, das war easy. Oh, was? Und? Ja. Ich dachte grad nochmal. Trap! Hammerlein. Wir sind beim Boss. Ja, Stage vorbei. Was? Und wieder McDonalds. Ich glaub hier hat einer einen schweren McDonalds-Freund. Dr. McDonalds. Okay. Yay, Bosslern! Mach ich lieber als Stagelern. Und zwar bei diesem Spiel, weil die Bosse bisher wirklich alle fair waren. Fair und einfach. Das letzte Mal, das passiert nichts, denn ich will dann schließen. Schon fast. Und wir kommen nochmal wieder. Und nochmal wieder. Und nochmal. Okay, dann gehen sie zu ihm wieder. What now? Hey, Matt. Okay. Interessant. Ist halt jetzt wieder echt erstmal lernen. Was er denn so macht. Ach, scheiße. Ah, okay. Bei dem ersten Mal möchte ich, glaube ich, echt warten, bis er... Ah, jetzt ist er auf der Mal gehört, ja. Ach, scheiße. Okay, den ersten muss ich irgendwie überleben. So, dann gehen sie wieder zu ihm. So, und jetzt? Wie war das? Oh, Scheiße. Okay, die gehen einmal hin, die gehen einmal her. Und dann... Ich verstehe. Also, wenn der links ist der Richtige. Dann... Wenn der rechts ist das okay. Wenn der links ist das okay. Wenn der links ist... Wenn der rechts ist... Wenn der rechts ist... Wenn der rechts ist. So. Mal direkt demonstrieren, indem ich jetzt noch nicht sterbe. Ich faszinierend. 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 Ah, der Swoop da nochmal. Verstehe. Gerissener Hund? Halt. Auf. Auf. Ah, scheiße. What the fuck. Also wenn der links ist muss ich mir doch auch so was wie eine Strategie zusammennehmen. Weil... Ne, dann heißt es das kann ich nicht mehr... Und dran auch immer, dass du mit ihm mag, dass das so anders ist. Ich glaube nicht, dass das anders sein soll, eigentlich, aber es ist anders. Scheiße. Ja, da darf ich leider Gottes keinen großen Jump machen. Warum ist das so einfacher? What the fuck? Vielleicht kann ich einen groß machen? Nein. Ja, das wäre zu schön gewesen. Aber doch, vielleicht, wenn ich da rechts stehe. Das war jetzt mit Variation, könnte man sagen. Sehr gut. Ich sage nicht, ich könnte danach wissen. Ich hätte keine S해제 von dem geteilt. Dennoch sind sie gegen eine Sanda-Freige. Ja, und zwar. Wobei ich nicht eigentlich sage, dass ich hier gibge. Willkommen! Arme, 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 aber gut. Stirb, Meckonnels, stirb! Nope! Aber ich glaube, jetzt habe ich einen Punkt. Das ist schon mal gut. Ah, da muss ich springen. Es ist deutlich angenehmer, wenn der Richter ist. Okay, ohne Spaß. Obwohl ich es gerade eigentlich verkackt habe, habe ich es dann doch noch geschafft. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ach, Schitterböhn. Schitterböhn, Schitterböhn! Ach, Schitterböhn. Ach, das war nicht der Plan. Ja, wenn ich es jetzt zu frühjumpe, dann ist es rechts im Karten. Vielleicht liegt das auch daran, aber... Leil ist deswegen auch links im Karten. Der einfach zu frühjumpe war. ... 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 bin ich nicht gut ja, mhm, mhm, da war ich nicht in der Lücke dran ja, 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 es glaubt es glaubt und selig wird rechts rechts, alles gut rechts, alles schön rechts macht mir Spaß links aber nicht was ist das irgendwie random? okay, dachte ich hätte eigentlich einen Punkt mehr abgemacht, aber anscheinend nicht ich glaub, wenn man sich weiß, warum das so ist dass da auf der einen Seite relativ easy es gottchen, sondern auf der anderen Seite eher nicht so liegt einfach daran, dass diese Kugeln immer von ich glaube rechts nach links losfliegen oder? genau, wenn auch immer von rechts nach links losfliegen also egal auf welcher Seite es ist und deswegen ist es auf der einen Seite anders als auf der anderen weil einmal die Kugel, die am nächsten an einem dran ist als erst losfliegt und einmal andersrum also deswegen ist das so, wie es ist aber trotzdem ist mir die rechte Variante deutlich flieger das war Bullshit nicht, also gar andersrum vorangejumpt eigentlich von dem Kollegen Tornschu 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 ich hab jetzt im Endeffekt für beide einen Plan aber das fühl mich mit meinem Plan für rechts um einiges sicherer als meinen Plan für links ja, jump doch in die Kugeln rein Alter, okay, schloss da meine Nase ich höre es wieder so abschrauben manchmal so Tage immer weiter Scheiße! NEIN mein Platz Platz an der Sonne. Kann ich jetzt hier eigentlich nochmal stehen? Aber kann ich nicht nochmal, wa? Doch, der Nutz ist eigentlich nicht. Kann man einfach dreimal stehen bleiben, what the fuck? Der Nutz ist real. Aber, es scheint auch wieder fest zu sein. Das heißt, und da kann man eben richtig krass Schaden reinholen. Das hat man gerade auch ganz gut gesehen. Also, ja, okay. Kann man so voll, als hätte er da gerade vorgeschossen. Finde ich nicht mehr, wenn er vorschießt. Yay. Nein, lol. Er war wieder da. Vielleicht schon wieder. Ist ja immer auf der gleichen Seite, ne, wa? Ja, aber da kann man eben wirklich ganz gut damage machen. Uuuuh, was denn jetzt? Ne, ne. Okay, der Nutz ist so mad. So, unfassbar. Ach, cool. War ja nicht cool, weil er links ist. Ammer. Okay, jetzt wiederholt er sich schon. Bitte, bitte wiederhole dich in der Gänze. Das ist doch ein Scherz. Okay, ich bin in der Lücke drin, aber ich platze. Okay, aber der Boss ist wieder nicht schwierig. Das ist schön, das ist schön, das mag ich. Ach, scheiße. Das wäre auch... Okay, ich muss den wieder zweimal so sehen. Das heißt, das wäre eigentlich ganz cool. Oh mein Gott, was ist denn da? Das wäre eigentlich ganz cool, würde er beides mal auf der rechten Seite dann sein, bitte. Ja, okay. Das ist schon verschissen, wird beides mal auf der rechten Seite sein. Immer wieder gut, wenn ich nichts treffe. Das ist immer auch der gleiche Seite, oder was? Das hat er gar nicht. Kein Boxesloch, dann halt nicht. So, jetzt das hier habe ich aber eben... Komisch überlebt, also... Not really sure, wie ich das gemacht habe. Ach man, muss der jetzt eigentlich jedes Mal links sein? Ne, ich muss doch mal an Lüsse finden. Muss doch echt nicht wahr sein. Kann auch echt nicht wahr sein. Das ist der richtige... Direkt hier an der einen Seite. Nein, an meinem Spot.